Oh mein Gott! Guck doch den Kopf, oh mein Gott! Blah, guck doch den Kopf an, Alter! Oh mein Gott! Okay, du hast Zaubersprungen erhalten. Zieh sie aus dem Inventar auf, die Schnellleistung rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Das rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Achso. Drücke die linke Maustaste, um den Ausrüstenspruch zu zaubern. Hammer eigentlich, ja, der Kopf gerade, ne? Na gut, guck mal ganz kurz in den Inventar. Da haben wir die Schriftstöcke und hier haben wir das hier. Und zwar nehmen wir die Blitzschläge und ziehen sie genau hier hin. Jetzt haben wir hier Blitz. Oh, Blitz. Oh yeah. Füllst du mal auf die Fresse, ey. Ganz ehrlich, fick dich. Na gut, ähm. Dann stecken wir wieder weg. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Bogen ein bisschen zu schießen. Weil da gibt's einen kleinen Trick, und zwar wenn du als erstes mit dem Bogen auf die drauf gehst, ähm, dann, ähm, ja, kommen die zu dir hergelaufen und bis dahin kannst du vielleicht mit dem Bogen sogar abknallen. Ähm, ja, einfach mal versuchen. Viren geht über studieren, ne? Weiß man ja. Einfach zurücklaufen ein bisschen. Ja, jetzt läuft er wieder zurück. Hammergeil, nicht, ne? So, bleib stehen. Dankeschön. Und zwar jetzt und jetzt. Und so ist er auch gleich schon down. Äh, ich hab grad gar nicht geguckt, was die dabei hatten. Die Hürde kennen wir nämlich aus dem Traum. Leider hat sie jetzt keine Skelette. Oh mein Gott. Ich hasse diese Viecher. Leider hat sie grad keine Skelette. Aber es hat, äh, diese Wühlböcke, ne? Die wir schon gerade gemerkt haben. Oh mein Gott. Ich hasse diese Viecher. Auf die Fresse. Ähm. Und, äh, ja, mit den Skeletten wäre das nochmal um einiges schwerer geworden. Hier hat es jetzt leider keinen Durchgang, sondern irgendwie nur so, also keine Tür, sondern nur so einen Durchgang. Ähm. Wer hat die Tür raus gemacht? Hä? Hä? Na gut. Dann können wir mal ein bisschen mit unserem harten Ding hier drangehen. Ach, das Viecher ist wieder zurückgelaufen, oder was? Ein faules Stückchen Hodenkrebs, ganz ehrlich, ey. So, jetzt komm. Na, oh, ist das wieder zu zielen? Ah. So. Komm her. So, bevor ich das nicht wieder einziehen konnte, haben wir es, haben wir es genutzt. Was hat es denn dabei? Brauner Kitt, was? Kittinpanzer. Äh, hier ist es eine Zutat zu einer fehlenden Paste. Die Gewinnerkonzentrationsvermögen erhöht. Konzentrationsvermögen. Das ist aber wunderschön. So, was haben wir hier noch schönes? Nichts, ne? Das ist genauso wunderschön, muss man sagen. Du kennst die Höhle aus deinen Träumen. Hä? Mein Gott. Also, mir würde die Frau Angst machen. Ich glaube, ich hätte die schon mit meiner Augen Schande mal quer durch die Zwiebel gehauen. Oh mein Gott. Alter. Ich will euch töten, weil... Alter. Ich will euch töten, weil... Nachts. Nachts. Ist das behindert? So, doch einmal. Jetzt aber. Geht doch. Meine Fresse. Scheiß, wie ich da... Okay. Haben wir getrunken. Eine Hans-Bandage. Hans seine Bandage haben wir gerade mal geschluckt, ne? Nein, eine Hanf-Bandage. Warte mal ganz kurz. So. Ähm. Hat mal geschluckt, ne? Ist auch ganz wichtig mal ab und zu das zu machen. Dann... Ich bin gleich so hässlich gekommen hierher gelaufen. Na gut. Machen wir es halt am besten mal so. Hier steht ein Viech und da steht ein Viech. Ich weiß, ich hab's gesehen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. 1 und 2 und 3. 2. Keine Schlägerei. 3. 2. Und zwar machen wir das jetzt mal so. Etwas clever. 1 und 2 und 3 und 4. Alles was gebracht. Aber es zockt ja schon Leben, ne? 2, 2, 2. Und die kriegt das gerade dazu, ne? Scheiße. Was ist das? Nochmal die 3. Dann nochmal die 1. Das ist schon extrem behindert, gegen die Scheiße hier zu kämpfen. Na gut, kann man nicht machen. 20 Schriftrollen haben wir noch. Läuft uns das lögreich eigentlich hinterher oder was macht ihr eigentlich? Ich weiß grad gar nicht. Messingring. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir. Brauchen wir auch. Okay, passt das ja alles. Läuft uns hinterher. Wo ist denn die eigentlich? Ah, da läuft's ja. Da kommt's ja. Hättest du auch irgendwie helfen können beim Kämpfen, oder? Na gut. So, das ist halt mit den undankbaren Frauen. Aber gut. Ist ja nichts Neues. So, Wühlböcke. Da müssen wir gleich wieder 50.000 mit den anderen kleinen Scheißvieren hinterher kommen, Alter. Das war so klar. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Alter, warum... Das ist behindert, Alter. Ganz ehrlich. Ist das behindert? So ein fetter Fickteil hier, Alter. 1, 2, 3, 4. So, Numero 3. Numero 1. 1, 2, 3, 4. Numero 3. Oh, Numero 3. Numero 1. 1, 2. Looten. Dankeschön. Numero 0. So, Löka, kommst du bitte? Dankeschön. Und zwar, ähm... Haben wir da oben schon die Königin, oder ist das doch was anderes? Das weiß ich grad gar nicht. Das haben wir hier noch so schönes. In der Demo lag immer jede Menge Scheiß. Das war richtig cool. Ich hab die Demo auch übel auf Deutsch. Die Demo war viel cooler als das hier, weil... Da kam dann da oben, äh... Auf einmal so ein... So und so... So ein... Neugeneriertes Dinges. Ähm... Mit so einem Tempel und so was. Das hat man sieht, wie die Tempel alle aussieht und so. Das sah richtig cool aus. Muss man sagen. Ah, ich kann ja auch mit dem Ding blocken. Loll, wusste ich jetzt gar nicht. Und zwar... Bäm... 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 Ich weiß grad nicht, warum ich das jetzt so oft gemacht hab. Ähm... Aber nur aus dem Grund, weil ich nochmal Schriftrollen haben will. So... Jetzt würde ich mal sagen, Nr. 3... Wo ist denn Lurka? Hä? Lurka? Das sieht doch hammergeil aus, wenn ihr so ein Blitzzauber durchschießt. Dann ist es ja hell, ne? Hammergeil. Amalgan. Wo ist denn die... Hm, ich bin Lurka, ich stehe da hinten rum. So... 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 Bist du wieder da, hä? Ja. Und zwar will ich Schriftrollen. Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Sie ist schlecht, hä? Aber... Was soll's. Nimm ruhig, hä? Hammergeil. Jetzt haben wir dann 23. Ähm... Viel brauchen wir nicht mehr, weil die können wir nicht alle verkaufen nachher. Und das bringt mich noch richtig money, 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 money. Und zwar, ähm... Ja. Ist gut, ne? Jetzt kann man mal erzählt noch irgendwas. Ich denke mal nicht, wir sind auch auf der Startinsel. Na. Da denke ich nicht, dass da noch irgendwie groß was kommt. Na gut. Dann würde ich mal sagen... Kannst auch so kleine Viecher. Sieht nicht so aus, ne? Okay. So, dann hauen wir mal den Typ hier, äh... dem Viecher fett auf die Fresse, würde ich sagen. Oh mein Gott. Kann das eine Special Attack? Also, ich hab mal das ja, wenn man so ein Profi ist, so wie ich... hab mal das eigentlich down, bevor es zu einem her entläuft. So. Schilden wir's mal kurz hier rüber. So. Na, wer hat rot? 42. Rot. Ja, 64. Rot. Die kann man gar nicht looten, weil... in Bayern... Eher게 überrascht. Anbietisch könnte das sein. Ja. Hey, wir prüfen jetzt nicht 3ot婆anda. Alvi! Alvi... Nein... Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Und wir fliegen in Richtung Argan. Oh ja, jetzt kommen gleich die Szenen, wo ich auch lachen muss, Alter. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Da hat man ein fettes Teil in den Kopf bekommen. Das sah hammerlustig aus, Alter. Wie zum... Es sah so lustig, wo Dennis auch hier war. Weil so voll die... Man denkt so, jetzt kommt voll die epische Zwischensequenz. Wie kommt da so... Wie so ein Schwert so in den Kopf. Wie sie es angehört hat. Oh mein Gott, Alter. Und damit...